Und jetzt kommt das nächste, ich nehme es ab, und jetzt habe ich hier eine Kühlfalle, ein bisschen Reis. So, da drin werde ich jetzt ein bisschen Öl abfangen. Was man hier beobachten kann, sind schon die ersten Dämpfe, die jetzt umgeleitet werden und in die Kühlfalle reingehen. Hier unten ist schon etwas zu beobachten, so ein klein bisschen reich. Da sollen diese Dämpfe dann kondensieren. Jetzt gibt es noch mehr. So. 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 hier sieht man jetzt schon ganz irgendwie des Tröpfeln, das da runter fließt. so. So. Ich glaube, das reicht schon. Ich trenne jetzt hier die Verbindung, dass mir das Öl nicht zurückgesaugt wird. So, und was wir da unten jetzt drin haben, das ist dieses Öl. Und dass es tatsächlich Öl ist, kann ich dadurch zeigen, wenn ich jetzt Wasser draufgebe, dann schwindet dieses Öl auf Wasser, weil es sich nicht mischt mit Wasser. So, ich bin nicht heller. So, wenn es dann weiterversch Principation war, wenn es ein paar dropen beingomethenshas, dann wird es bei uns descend su monitor empez sein quasi ein N株さん nur ges erklären, wir i stacktt im Knast aper. Beidee und Säge